herzlich willkommen wieder hier zurück bei minecraft ja heute kommt die folge leider am vierten tag ich hatte vor dass jeden dritten tag eine folge kommt entschuldigung bloß dann habe ich es leider doch nicht geschafft mit dem aufnehmen dass es in der zeit ist und ja jetzt kommt wahrscheinlich nur noch alle jeden vierten tag meine folge aber das dürfte ja glaube ich nicht schlimm sein so wo waren oder wo sind wir jetzt eigentlich wir wollten glaube ich dahin die schilder befestigen ich muss aber noch schauen ob ich hier noch welche habe im drohenlager so habe ich hier habe ich hier nein habe ich hier auch nicht blöd ich habe heute auch zwei themen herausgesucht die werde ich dann ansprechen folgen gehen leider immer noch naja keine zäune egal keine schilder so ja dann mache ich mir drüben einfach mal kurz schilder ich habe mir auch zwei themen rausgesucht wo wir besprechen werden folgen gehen leider immer noch zehn minuten ich musste nur schauen wie ich das so mache ich werde ein thema immer ansprechen und dann ich weiß gar nicht was los ist bei der stimme es ist aber auch komisch jetzt schon wieder ein tolles thema es ist also was ich immer komisch fand fand da beendet weil wir nochmal ein paar stickies ähm, was ich komisch finde, ist Moment so das dürfte erstmal reichen als was ich komisch finde, ist komischerweise jetzt muss ich mich gleich konzentrieren heilig jetzt kurz, ähm, was ich komisch finde, ist immer wenn ich mit einer Aufnahme starte Stimme ist okay, aber dann geht die in den Keller, dann hört die sich so veräuspert an und gar keine Ahnung Entschuldigung Ich weiß nicht warum, vielleicht werde ich krank was ich aber nicht glaub, weil ich schon lange nicht mehr krank war und ja jetzt schreibe ich aber mal an, dass hier die die Stimme besser ist so da kommt Holz rein, da kommt hier Stein rein, wie habe ich es unten gemacht? so, miss naja so dann kommt der Stein rein dann kommt das Fall immer noch immer noch ich seh das ja ich will Moment, ich schreib mir kurz das Ding auf zack und dann drei Striche okay, dass ich es weiß da kommt Stein rein da kommt Holz rein ähm hier kommt hier kommt Essen rein Pfeil Screenshot macht's komische Welt wahrscheinlich ich könnte aber auch 20 Minuten im Aufnehmen und das sind so 10 Minuten Runde schneiden dann könnte ich ein Thema mal ansprechen ähm, was kommt jetzt da rein haben wir noch ich mache hier nochmal Stein so Stein aber so viel mache ich hier eine ganze Längsschwenkung aus Stein ähm jetzt weiß ich okay das weiß ich aber gerade überhaupt nicht was wir noch da in den Kisten haben da schau ich mal kurz nach so geh dann auch noch kurz bei Bedarf schlafen wunderschön wunderwunderschön so was haben wir noch da drin Blumen eigentlich nur noch Gruscht eigentlich aber nur noch Gruscht drin nee ich habe da schon so eine Idee mit den Schildern wenn wir jetzt ähm die Truhe nach und nach hier reinlagern von drüben dann könnte ich ja nach und nach hier die Schilder anbringen es bringt ja nichts wenn ich jetzt hier alle anbringe ich weiß nicht was ich dann da rein tun dann in einer Kiste nix und in einer anderen Kiste ist alles voll und hätte ich hier gerne Gruscht machen hier unten nicht da dann täte ich wenn dort unten Gruscht ist hier unten auch nein kein Y ja genau ja genau ähm ähm nein das mache ich dann halt wieder nein so gruscht okay 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 so dann mache ich die Schilder hier rein ich drücke mich aber auch ein bisschen vor dieser Höhlentour was wir da bald machen werden weil ich sehe schon das Grauen was denn passieren wird die ganzen Monster und letzte Folge ist auch leider etwas passiert dass die Aufnahme also der Ton von der Aufnahme wieder so komisch rumgeknackt hat ich frage mich wirklich woher das kommt ich weiß es nicht ich nehme erstmal hier das ganze Essen mit oder so ich weiß es wirklich nicht wo das Knacken herkommt es ist mir ein entschlüsseltes Rätsel ich muss hier ganze Zeit husten ich unterdrücke es aber so ähm was ist denn heute wieder los man ist ja schrecklich schau so dann war ich hier Setzlinge hier kommen Setzlinge rein Achse nehme ich mir wieder ähm Essen Weizen Äpfel Pilze tun wir auch mal da rein ähm da kommt Gruscht rein Gruscht Blumen wir haben ja so wie die Kisten da können wir es ja mal machen Blumen Steine Rohsteine so Stein dann so Stein Feuerstein kann ich auch mal da rein tun Erde 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 fehlt von Erde mache ich auch mal so drei Kisten hier Erde zack 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 Erde zack 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 nein nicht so und auch nochmal erde zack 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 schau da mache ich hier Erde rein die Axt Waffen 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 mache ich dann hier so hier kommen Waffen rein Wolle Waffen Waffen